Spider-Man, Superman, Batman! Wir spielen Passwortraten. Das ist wie Tabu, nur umgekehrt. Man darf die Dinge, die Begriffe, die hier stehen, vorlesen. So immer sogar. Und es wird ein Film oder eine Serie sein. Und wir müssen das anhand dieser Begriffe, die da stehen, erraten. Wer möchte beginnen? Ene, mene, mu, gellie, leg los. Also Superheld. Spider-Man, Superman. Warte mal! Darf ich Wörter erfinden? Ah, steht eh da, was ich erfinden will. Comic-Verfilmung. Dr. Grün. Hulk, der unglaubliche Hulk. Sorry. Obwohl du Grün trägst, hast du es leider nicht erraten. Du warst bloß langsam. Aber dafür bist du das Nächste dran. Extrem leicht, extrem leicht. Ab. Hund. Bund. Hund. Hund. Ab. Talmartina. Abenteuer. Ab. Lassi. Wieso geht mir Ab nicht durch? Weiß. Aber so Hund, ja. Lassi, weißt du? Ja. Wieso leicht? Ich finde das auch nicht leicht. Hund, Abenteuer? Weil es einfach... Jeder Hundefilm ist ein Abenteuerfilm. Du hast es glaubt, leicht ist das erste Wort? Ja. Nein. Das war eine Anroberation. Das war eine Verwirrungstaktik von dir, Helena. Ich bleib bei Ab. Ich hab gewonnen. So. Du hast gewonnen, jetzt komm mit dran. In deiner Realität. Aha. Lustig, lustig. Okay. Das zählt schon lustig, lustig. Ja, also ich sag, naja, schauen wir mal. Jugendfilm. Clueless. Schule. American Pie. Girls. Achtziger Jahre. Breakfast Club. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja super da oben. Hier schließt sich. Sehr gut. Na, wer ausmacht, ha? Tom Hanks. Forrest Gump. Ja, gut so. Castaway. Vatikan. Ah, das ist der Vinci Code. Ja. 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 Illuminativ, wie es zu Deutsch heißt. Es war schon klar. Der Vinci Code. Ah.